ehrenrunde für coach sc freiburg verneigt sich vor streich ein abschied voller respekt und anerkennung sc freiburg feiert christian streich als ein ausdruck von dankbarkeit und respekt haben die spieler der vorstand und die fans des sc freiburg ihren langjährigen trainer christian streich mit einer ehrenrunde verabschiedet vereinsikone streich verlässt den verein nach vielen erfolgreichen jahren die nachricht kam für viele überraschend streich der zu den dienstältesten trainern in der bundesliga zählte zieht sich zurück über seine laufbahn und seinen abschied resümierten nicht nur vorstand und spieler auch die fans und die gesamte liga sind betroffen im jahr 1995 begann christian streich seine tätigkeit beim sc freiburg zunächst als jugendtrainer 17 jahre später im dezember 2011 übernahme die profi mannschaft und hielt sich mit dieser souverän in der bundesliga unter seiner führung sicherte sich der sportclub 2013 den eintritt in die europa league und entwickelte sich stetig zu den highlights seiner karriere gehört sicherlich auch die saison 2016 17 als er die freiburger nach der direkten wiederkehr in die bundesliga auf einen respektablen siebenplatz führte die wertschätzung die streich sowohl innerhalb als auch außerhalb des vereins genießt zeigt sich nicht zuletzt in der reaktion auf seine abschieds ankündigung nach bekanntgabe von streichs rücktritt organisierte der verein eine ehrenrunde im schwarzwald stadion spieler funktionäre und fans zeigten ihre dankbarkeit und ihren respekt in berührenden gesten und worten es ist die verbundenheit zwischen streich und dem sc freiburg die diesen abgang so emotional macht mit seiner geradezu väterlichen art hat er eine enge bindung zu seinen spielern aufgebaut streich prägte einerseits die fußballerische entwicklung vieler akteure andererseits stellte er stets den menschen vor den spieler christian streichs bilanz beim sc freiburg ist beeindruckend und seine arbeit wird noch lange in erinnerung bleiben der scheidende trainer hinterlässt einen prägenden eindruck im verein und in der bundesliga seine direkte und ehrliche art gepaart mit seiner kompetenz und seiner hingabe zum fußball machen ihn zu einer der einflussreichsten persönlichkeiten in der geschichte des sc freiburg auch über die grenzen des fußballs hinaus hat streich anerkennung erfahren seine klaren worte zu gesellschaftlichen themen sein eintreten gegen rassismus und diskriminierung sowie sein engagement für soziale projekte ließen ihn weit über den sportkreis hinaus bekannt werden mit streich verliert der sc freiburg nicht nur einen engagierten erfahrenen trainer sondern auch einen mentor und vorbild wie groß sein einfluss war zeigen die vielen worte des dankes und der anerkennung die im zuge seines abschieds an ihn gerichtet wurden christian streichs vermächtnis wird wahrscheinlich noch lange nachwirken beim sc freiburg seine werte sein einsatz und sein engagement haben das gesicht des vereins maßgeblich geprägt seine arbeit wird als inspiration für zukünftige generationen von spielern und trainern dienen das aus von christian streich markiert das ende einer ära beim sc freiburg sein wirken wird jedoch weiterhin präsent bleiben nicht zuletzt weil es gelungen ist den von ihm geprägten geist im verein zu verankern deshalb verneigt sich der sc freiburg vor christian streich und dankt ihm mit einer letzten ehrenrunde ein abschied voller hochachtung und respekt ein abschied der eines echten fußballprofis und menschenfreundes würdig ist es bleibt abzuwarten wer das erbe von christian streich antreten wird doch was immer die zukunft bringt freiburg und der fußball werden diesen prägenden trainer nicht so schnell vergessen auto anita farke datum samstag 11 mai 2024